Willkommen zurück zu Orks Must Die. So, das Nadelöhr. Großes Gebiet zu überwachen, haufenweise Türen, viele Zugangswege. Das klingt wirklich nach Spaß. Mal gucken. Da können sie nicht kommen. Gibt zwei. Okay. Weber. So, hier. Weber Elemente. Ich bleibe hier. Umarmt die Dunkelheit in euch. Ah, nee. Kann man neu bekommen. Die sind auch gut. Hm. Das. 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 Hat man ganz da vorne. Also das. Das. Das weiß ich nicht. Nadelöhr ist eng. Kommt da hin. Brauche ich nicht. Vom Flieger? Ja. Gut. Was haben wir denn noch? Nehmen wir dich mit. Hm. Wo können wir sie denn zentral abfangen? Mal hier. Dann kommen sie einmal von da oben. Dann kommen sie wahrscheinlich gleich von beiden Seiten. Okay. Dann schwächen wir sie mal vor. Dann schwächen wir sie mal vor. Pfeilen sind ne feine Sache. Ja. Achso. Da hinten. Genau. Vorschwächen. Ich koste ja wieder tausend, da kann ich nicht so viel von setzen. So. Ein. Ein bisschen gleichbehandeln. Gut. Haben wir irgendwo was, wo wir die noch ein bisschen, wo sie nicht hinkommen? Hier. Da hin? Haben wir sowas hier auch? Ne. HD. Oder? Hier kommen sie nicht hin. Gucken wir mal so, ob wir sie treffen. Bereit eurem Geheiß zu folgen. Aha. Funktioniert nicht. Funktioniert so nicht. Wäre ja gemein, ne? Wäre auch zu gemein. Gut. Und. Dahin. Da kommen sie! Flieger. Genau. Kommen sie trotzdem hin? Okay. Komm schon. Genau. Armlos Zucker von dann. Jawohl. Dann muss man da was anderes in stellen. Ah, das war jetzt dumm. Wahrscheinlich brauch ich das hier noch. Na gut. Okay. Ein kleines Geschenk für dich. Und für dich auch. Sie sind unten. Sie sind unten. Sie sind tot. Ja, ein bisschen vorschwächen. Denk geht das alles schon. Ja, ein paar Autoballisten hinpacken. Na komm. Perfekt. Zack. Na komm. Das war schön, dass da guckte er ja nicht ran. Tschüss. Da hin. Ah, du Scheiße. Ah, du Kacke. Ihr seid mega nervig. Wir betreten den Spalt. Ah, echt. Oh Gott. Oh Gott. Zack. Das wird kacke eng. Oh, Kacke. Oh Gott. Na komm schon. Ich weiß. Ich weiß. Na komm. Oha. Oha. Lass uns das nochmal machen. Oha. Ah, du Scheiße. Gut. Ja, stimmt. Der kann sich da nicht hinstellen. Ganz vergessen. Denn braucht irgendein Bier. Dich. Da sind wir gekommen. Da hin. Dich. Ich kann das Buch nochmal öffnen. Na denn. Ich muss die umdrehen. Was für eine Sauerei. Genau. Was für eine Sauerei. Dass sie gleich da oben auf die Schnauze kriegen. Oh, Kacke. Na komm. Oh, wer hat es? Bester Job aller Zeiten. Ich muss mal ein kleines Backup-System haben. Ich bleib dir hilfbar, die Menschen tot. Fuck. Genau, so wie das sein muss. Klein ekelhafte Drecksviecher. Na, kommt schon. Äh, ja, im Großen und Ganzen. Äh, sieben. Hier, Ork. Das wird ihnen gefallen. Tag. Mehr Geld habe ich nicht. Mehr Geld besitze ich nicht. Komm von da. Dann kommt von hier. Super. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Musste gar nicht, kommt schon. Platz schaffen wir. Oh, das hat sich schon wehgetan. Ich schaffe ein paar. Na, kommt. Na, kommt. Na, kommt. Ja, kommt hier. Was kommt da? Irgendwann, was, was? Da, komm. Gut. Oh, jetzt haben wir wieder viel, viel Geld. Das ist sehr schön. Oh Gott, was machen wir? Erstmal. Ich dekoriere ein wenig uns. Die zweite Todeszone hier einrichten. Mal voraufräumen. Was kommt als nächstes? Kann man hier nicht noch eine Todeszone einrichten? Die möchte ich gerne anders haben. Was war hier hinten? Genau, das wird Aua machen. Wir haben noch ein bisschen Geld. Denn. Bereit eurem Geheiß zu folgen. Hier. Wo schützt ihr da? Na, dann. Ah, da kommt vier Kleinvieh. Hat sie jetzt schon gelohnt, würde ich sagen. Außer die Fieger. Die müssen wir noch von Hand runterholen. Oh. Oh. Aber das ist so oft ja immer nicht, dass das Problem wird. Na, komm. Na, komm. Ein Quell der Freude. Ah, ein Einzelner. Ah. Na, komm schon. Klasse. Ein Porg für alle Fälle. Äh, fallen. Nichts? Wie ist das denn? 800. Na denn? Dahin. Ja, Selbstläufer, würde ich sagen. Jetzt haben wir meinen Selbstläufer geschaffen. Na komm. Du kommst doch eh nicht mehr weit. Na mach doch. Bin halt nicht doch keiner dran an der Keule. Ich dekoriere ein wenig um. Der geht hab ich ja nicht. Na denn. Holt sie alle runter. Da sind sie schon weg. Sehr schön. Und nur einmal? Da kommen wir heute ein paar Mal extra zwischen. Ah, da kommen gleich gerade etwas Dicke irgendwo. So. Und dann Holt er gleich wieder freilassen. Sehr schön. Düm, düm, düm. Dann machen wir das natürlich hier. Das wird Spuren hinterlassen. Fuck. Mh. Können wir da nicht sitzen. Gucken wir, ob das was bringt. Müssen wir gucken, ob das was bringt. Dingstellen schaffen. Etwas Feines für dich. Joa. Ist die feine Ausnutzen, die wir haben. Kommt wahrscheinlich ein Dicke. Hier wird wahrscheinlich ein Dicke. Ja. Der ist schon Geschichte. Der ist also schon Geschichte. Das ist sehr schön. Ah, was für ein Spaß. Genau. Ah, was für ein Spaß. Ja, er ist die Selbstläufer. Da kommen sie. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Oh, ey. Oh ja, das wird Spuren hinterlassen. Du warst ja nie auf der Plan. Immer ein bisschen. Das wird klasse. Sollte klasse werden. Kommt hier auch noch irgendetwas durch? Oh Gott. Was ist mit dem Ohr los, Alter? Boah. Knackbar. Genau, gut überhüllt. Ein Ort, Dicke Ort, ist gefallen. Ah. Keine. Keine Chance. Das war jetzt ein neun Palladin entpflanzen. Na, hier ist noch was. Wo war der Plan? Ein kleines Geschenk für dich. Oh, die Etappe muss neu ersetzen. Na, komm. Na, komm. Letzte Welle, würde ich sagen. Oh, das hat sich ja wehgetan. Ich glaube, jetzt werden da alles auf Meilsmatter haben. Da kommen sie nicht weit. Na, komm. Ich glaube, jetzt sind sie nicht weit. Boah, Flaschen, die Attrappe ein bisschen kaputt machen. Dann hätt er sich da ein bisschen auf. Na komm, Dicker. Na komm. Erst hin. Na komm. Na komm schon. Der Panzer da, oder? Na komm. Na komm. Na komm. Schön. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn. Ciao.